Ich habe noch meine Wohnung und den Hund und etwas Geld. Nein, nein, ich kann nicht klagen. Was sollten da erst all die anderen sagen? Das letzte Röntgenbild war gar nicht schlecht. Bis auf das Asthma bin ich fast gesund und dann natürlich der nervöse Magen. Wäre man nur nicht als Frau so sehr allein. Auch ins Kaffeehaus mag ich nicht mehr gehen. Da sitzen sie ja wieder nur zu zweien. Und die paar Filme habe ich schon gesehen. Am schwersten ist der Sonntag zu ertragen mit dem so furchtbar einsamen Glas Wein. Und keine Post. Jedoch ich kann nicht klagen. Da gibt es Damen, die sich Tee servieren mit Blümlein auf dem rosa Frühstückstisch. Dann, Arm in Arm, betagt, doch fromm und frisch die Galerien schwatzend absolvieren. Dergleichen ist für mich das rote Tuch. Bleibt nur der Hund und das geliebte Buch. Und so als Luxus in den schlimmen Tagen zur Antwort geben. Nein, ich kann nicht klagen. Nein, ich kann nicht klagen. Keineinein Sch resisten Aber mitчесaten Schiff ich bin Vielen Dank.